Party offiziell. Wir müssen nochmal anfangen. Scheiße. Da hast du vergessen auf Start zu drücken. Und jetzt soll ich auf Anhieb nochmal witzig sein. Ich muss nochmal witzig sein. Vergiss es. Du siehst heute so ein bisschen relaxed aus. Was ist mit dir los? Das sind die Augenränge. Das sind die Augenränge. Das sind die Augenränge. Das sind die Augenränge. Das sind die Kraft und das sind gerade bereit. Es ist schon wieder Weihnachten, weil ich kenne die Kulisse eigentlich nur von den... Wie heißen die Videos? Unsere... Schlechte Witze, Schlecht erzählt. Genau. Nee, gute Witze, Schlecht erzählt. Also immer, wenn wir hier sind... Dieses Jahr sind es schlechte Witze, Schlecht erzählt. Dieses Jahr sind es schlechte Witze, Schlecht erzählt? Ja, sicher. Okay, jetzt sind wir wieder hier in den Erbach-Studios. Ja, aber immer, wenn wir hier sind, geht Weihnachten los. Das ist wirklich so, vom Gefühl. Man kommt hierher. Das stimmt, ja. Da gibt es zwei Eignisse. Alter, hör auf mal mit Jockinghosen zu filmen. Zwischen Jockinghosen auch. Die haben ein Loch da unten. Pass auf, hier. Ja, Weihnachten geht los in die Zeit der Gemittlichkeit. Deswegen darfst du auch Jockinghosen. Sehr schön, sehr schön. Das Feuer ist auch schon ab. Kriegen wir diesmal Licht? Boah, das wird ja immer professioneller, Herr Erbach. Ja, stimmt. Aber das ist ganz schön. Das macht wohl die Netzhautverbrennung, das Ding, Alter. Das? Ja. Da brauchst du... Wie heißt das? 20er Sunne-Milch oder so? Hast du Sunne-Milch schon bei? Wow, 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 wow. Was ist denn das? Jetzt gibt es was auf den Nüsse. Witz, Gunter. Das ist warm-up. Weihnachten? Guck mal. Glühkodisch. Alkohol. Nicht alkoholfrei. Oh, ja. Sieht gut aus. Was ist denn das eigentlich für deine Herzen? Hast du das Trickchen, du? Wie ist rot? Die Nase. Guck mal. Das heißt Reindeer, weil es kommt nämlich aus dem Englisch. Kannst du nicht wissen. Also, Reindeer. Rentier. 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 Rentetier. Ey, das waren ziemlich flache Spruche aus dem Hintergrund. Wer war denn das? Das rentiert sich nicht. Rentiert sich nicht. Rentiert sich nicht. Das rentiert sich nicht. Sind das die Witze? Oh, ab, ab, ab. Streng geheim. Streng geheim. Ich hab nicht rufgezeichnet. Selbst das hätte ich noch lesen können. Das ist meine Schnellschrift. Wenn jetzt irgendeiner interessiert, das Video anguckt, macht dann auf Stopp. Wahrscheinlich. Weil er ja nicht neugierig ist. Scholle-Leak. Scholle-Leak oder so. Dann gibt es so Plattformen, wo das veröffentlicht wird. Scholle-Leak. Scholle-Leak. Ja. Aber das sind wirklich Geheimnisse, um die es geht. Denn vor Weihnachtszeit ist auch eine sehr geheimnisvolle Zeit. Ja, stimmt. Und deswegen trinke immer Kiba. Genau. Sieht so ähnlich aus. Manche können das auf Eis. Aber mir können das viel besser. Wir können das nämlich Eis. Hot. Hot White. Hot Kiba. Was heißt denn Hot, Monji? Zubohle. Was heißt denn Hot? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist alt-französisch. Das ist alt-französisch. Das ist noch nicht jalla. Jalla, jalla. Das sieht so aus. Ist das zu hell oder ist das super? Das ist super. Leider. Okay. Nein, das war eine Frage. Weil Harry vorhin das kritisiert hat, dass mein Gesicht viel zu schön wäre in dem Licht. Ich glaube, sie wird doch gelobt. Kannst du ein kleines bisschen hier herdrehen? Das ist schön. Siehst du doch erst am letzten Samstag Video gemacht, oder? Ja. So. Ähm. Warte, 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 warte. Der Pulli ist doch rum, du. Okay, es hat mich gejuckt. Das ist Mikro. Hallo, Mikro. Hallo, Mikro. Hallo.